Ja, sagt man dann wieder, ne? Hey! Lydia! Du müsst euch mal ein paar Dinge geben. Oh! Den können wir gerade drinnen, drinnen. Lassen wir mal hier bei uns im Momental. Ne, sie kann jetzt auch nicht mehr mehr tragen. Geht ihr voran! Aber besser sie als ich. Ich bin gerade gut gebrauchen. Okay. Okay. Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Für eine Skull kämpft sie nicht schlecht. Wie kann ich euch dienen, Tane? Könnt ihr noch irgendetwas mir abnehmen? Ja. 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 Da ist die alle leer sind. Kriegs Hammer, ne? Hämmer ja schon. Welche Richtung wir müssen. Und hier kommen wir. Hm? Ah. Lüdyah! Ja, komm! Bleib doch gleich drauf stehen. No risk no fun. Welcher Hebel? Geronimo! Ouch. Geronimo! 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 Ich stehe hier in die Nordaxt. Kommt durch! Kommt! Ich nehme die Tür zu. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Ja. Stufenaufstieg möglich. Was hundert bitte? Ja. Talente verbessern. Machen wir schon wieder Röstung bitte. Röstungsbonus. Ja. Kann ich das jetzt nicht machen. Ja. Wieso denn ich? Machen wir halt hier zweihändig. Weg. Ah, jetzt weiß ich wieso. Oder ich habe das Gefühl. Ich weiß wieso. Möchtest du wenig Speicher? Ne. Okay. Na geil. Dann können wir wieder zurück. Oder auch nicht. Warte. Hm. Okay. Okay. Hier. Schön. Speichern wir erstmal. Ja. Ja. Wir müssen werfen. Es finden, was hier vor sich geht. Ihr Drüber. Wir können doch nicht fallen. Wir können doch nicht fallen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nur mal fünf. Nur mal die Bögen haben wir. Wahrscheinlich irgendwie zwei oder so haben wir gewonnen. In Stufe 9. Speichern. Ich möchte auch noch mal schnell speichern. Ey, du siehst aus. Achja, wir wollen hier wieder zurück in Weißlauf sind. Ich weiß nicht, welches Wissen Mira hat dazu gebracht, sich gegen seine Meister zu wenden. Doch sein Weg scheint grausam gewesen zu sein. Mh? Ich bin scheinbar voller Dragoos. Äh, ne den Streikholpen wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Nein. Warte. Das ist ja auch geil eigentlich. Schön, dass es geht, aber... Auch das hier und ihn etwas möchte ich fallen lassen. So ein Nordschwert. Wir haben irgendwie vier oder so. Wenn speichern sie. Wer ist da? Ein paar Draugers. Ist doch ein Drauger Wicht. Ich danke euch folgenden Schutz, Eilschäfer. Oh je. Ja, was lassen wir jetzt fallen? Ich habe so viele Eisenschilder. Heck. Das kannst du nie im Leben brauchen. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ganz einfach. Weil... Die hat jetzt zwar auch 30, aber die hat auch 30 Schaden, wisst ihr? Hm. Speichern. Speichern, speichern, speichern. Möglich. Wenn man wüsste, wo man hin muss. Ich dachte mir, dass wir hier unten etwas finden würden. Kennt ihr diese Zauber schon? Welche Zauber? Zauberbuch. Beschädigtes Buch. Beschädigtes Buch. Zauberbuch. Zauberbücher müssten wir ja eigentlich einfach lernen können, oder? Ja. Ja. Aha. Sind wir wieder hier. Hier gehen wir herunter. Heißt, wir sind da links. Heißt, speichern. Heißt, auf Garde gucken. Heißt, ich habe keinen Blassenschimmer. Heißt, ich habe den Blassenschimmer. Heißt, die Blassenschimmer. Heißt, wir gehen. Fechern. Ich glaub, die... Ja. So, wir werden hier, glaub ich, jetzt sterben. Ich wollte das einfach mal austesten, ob wir so ohne Probleme auch... Äh, aber... Können wir nicht. Gut. Wettet. Bogen. Und die anderen vorausgehen lassen. Du kannst einen gelahnten Zauber nachher. Heißt, wir stellen uns hier hin. Nehmen uns einen Bogen. Machen ein paar Headshots. Wie wärs, wenn eh mal vorausklingt? Nur noch 10 Stahlpfeile, ne? Ja. 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 Ja, ja. Wenn das immer noch so weit auch schwierig wird, dann werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen Probleme kriegen. Wo du uns einfach denkst. Ich will nicht nach Hause, ich muss raus.